Bayerische Füßtennismeisterschaften, das Damen-Doppel. Die Nummer 60, Sophia Kahler, müsste das sein. An der Seite von Eva-Maria Meyer, das Top-Doppel des TSV Schwabhausen. Und natürlich gegenüber, sie muss jetzt retournieren, die Bayerische Jugendmeisterin Sarah Mannes. groß ist. Das ist eine Salah. Die erste presse. Die erste presse. Die erste presse. In der Seite der Phase. Die erste presse. Vierten das, was er wirklich. Vielen Dank. 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 ...